Reitervölker ist im klassischen Sinne eine zusammenfassende Bezeichnung für Völker oder Stammesverbände der Eurasischen Steppe, deren Lebensweise, Ökonomie und Weltanschauung eng mit der Nutzung des Pferdes verknüpft war. Der von diesen Kulturen bewohnte Steppenraum reichte von der Manschurei im Osten bis nach Ungarn bzw. in das Burgenland im Westen. Viele dieser Reitervölker waren halb- oder vollnomadische Hirtenvölker. Das Pferd war zunächst ihre Nahrung und seit etwa 4000 Jahren auch ihr Fortbewegungsmittel, wobei relativ früh auch Kamele oder Trampeltiere als Transportmittel genutzt wurden. Der ältere Streitwagenkrieger wurde gegebenenfalls erst um 800 v. chr. durch den Reiterkrieger abgelöst. Nur sehr selten wird auch bei den berittenen Indianervölkern Nord- und Südamerikas, die sich zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert das von den Europäern eingeführte Pferd zunutze machten, von Reitervölkern gesprochen. Im Gegensatz zu den sogenannten Ethnien der Alten Welt war bei ihnen jedoch nicht das ganze ökonomische Leben beritten. Vor allem der periodische Wechsel des Wohnortes erfolgte bei den Indianern größtenteils zu Fuß. Die klassischen Reitervölker Eurasiens Kontakte mit klassischen Reitervölkern beeinflussten verschiedene Kulturen. Im europäischen Raum gilt dies für die Sküten über die Hunnen-Awaren, Majiaren bis zu den Mongolen im 13. Jahrhundert. Bedeutsam sind die Berichte der antiken und mittelalterlichen Geschichtsschreiber, die über diese Kontakte und Konflikte berichteten. Von den klassizistisch orientierten griechischen Geschichtsschreibern wurden etwa die auf die Hunnen nachfolgenden Reitervölker aus dem Steppenraum, oft schlicht als Hunnen, bezeichnet. Dies sagt aber nichts über ihre Herkunft aus, da dieser Begriff wie vorher Skyth. So wurden etwa nach dem Ende des Hunnenreichs im Balkanraum auch später noch die Kutriguren, Onoguren und Utiguren teils als Hunnen bezeichnet, wenngleich ihre genaue Zuordnung problematisch ist. Historisch-soziologisch wurde von Alexander Rüstow die Bedeutung expansiver Reiter nomadischer Kulturen hervorgehoben, deren existenzieller Gegensatz zu bäuerlichen und sesshaften Gesellschaften intensiven sozialen Wandel mit sich brachte. Zentral ist das Verhältnis zwischen Reiter-Nomaden und den sesshaften Völkern, sei dies nun im europäischen Raum, in Mittelasien oder an der Grenze Chinas. Es bestand stets eine Wechselbeziehung zwischen Steppe und Agrarland, wobei es sich um einen dynamischen Prozess handelte, die immer wieder auch zu militärischen Konflikten und politischer Herrschaftsbildung führte, ein endemischen Konflikt. Um einen effektiven Kontakt mit agrarischen Gesellschaften pflegen zu können, war es für die Stämme notwendig, sich strukturell zu organisieren. Nomaden waren oft nicht autark, sondern auf den Austausch mit agrarischen Gesellschaften angewiesen. Dies betraf in erster Linie Nahrungsmittel, aber auch Luxusgüter und Heilswaffen. Die Produkte wurden per Tauschhandel mit Agrargesellschaften beschafft, denen dafür Tierprodukte und Tiere überlassen wurden. Ebenso waren die Reiterstämme hinsichtlich der Sicherung von Handelsrouten von Bedeutung. Dieses Arrangement hatte allerdings das Problem, dass die Agrarländer nicht in gleicher Weise auf die wie Produkte der Nomaden angewiesen waren, so dass es etwa zu Preissteigerungen kam und den Nomaden der Absatzmarkt wegbrach. Die Folge waren militärische Konflikte zur Sicherung der Lebensgrundlage von Reiterstämmen, die nun mit Gewalt versuchten zu erreichen, was ihnen der normale Handel nicht ermöglichte. Dies ist jedoch nur ein Teilaspekt der Beziehungen zwischen Steppe und Agrarland. Ebenso konnte es zu militärischen Unternehmungen von Reiterstämmen kommen, die ausschließlich auf Gewinn ausgerichtet waren und auch durch keine vorherige Handlung provoziert wurden. Dies gilt beispielsweise für die Hundenanbrüche in Europa, die darauf abzielten, vor allem materielle Güter zu sichern und nicht von einer Nahrungsproblematik betroffen waren. Ähnliches gilt für die sogenannten ionischen Hunden, die auf Kosten des Sassanidenreichs expandierten, dessen Nordostgrenze bedrohten und teils Gelder erpressten, so die Kideriten und Heftaliten. Auf diese Gewinne waren Reiterstämme oft angewiesen, hinzu kamen Angriffe von Reiterstämmen, die schlicht auf eine möglichst großen Expansion angelegt waren. Eine erfolgreiche Unterwerfung des Agrarstaates war zur Sicherung eigener Interessen für Reiterstämme nicht zwingend notwendig, vielmehr ist oft zu beobachten, dass nomadische Gesellschaften sich mit der Existenz am Rand der agrarischen Gesellschaften begnügten, aber allein dadurch eine potenzielle Bedrohung darstellen und so Forderungen Nachdruck verleihen konnten. Dies geschah im Fall der Xiongnu gegenüber der chinesischen Han-Dynastie und im Fall der Hunnen gegenüber Rom, um einen Konflikt zu vermeiden. Flossengeld oder Luxusgüter an die jeweiligen Stämme. In China wurde das gezielte Vorgehen zur Besänftigung gegenüber den Xiongnu als Heckin-Politik bezeichnet. Dieses Vorgehen hatte große Auswirkungen auf die jeweiligen Stämme, wo die Anführer das erhaltene Geld und die Geschenke gezielt einsetzten, um Untergebene an sich zu binden. Allerdings führte das gleichzeitig zu einer gewissen Abhängigkeit der betroffenen Stämme, die auf derartige Mittel nun angewiesen waren und deshalb immer wieder als Bedrohungsfaktor auftraten. Erst wenn die materiellen Leistungen ausblieben, kam es zum Konflikt. Militärische Aktionen machten es wiederum erforderlich, ein stets zur Verfügung stehendes Aufgebot zu schaffen, was wiederum teilweise dazu führte, dass die Anführer einzelner Verbände sich veranlasst sahen, andere Stämme oder Stammesverbände durch Kampf unter ihre Oberherrschaft zu zwingen. Dieses Gefühl gebildete die Nomadenherrschaft. Ebenso war jedoch der militärische Druck der herrschenden Stämme ein wichtiger Faktor der Herrschaftsbildung bei Nomadenstämmen. Er folgte der Versuch der Eroberung, musste die Agrarbevölkerung beherrscht werden. Was allerdings wegen der zahlenmäßigen Unterlegenheit der Nomaden und zu ihrer raschen Assimilierung führte. Der Versuch, die zivile Verwaltung des unterworfenen Agrarstaates zu übernehmen, führte auch zur sprachlichen Assimilation. Hinzu kamen Mischén. Bei späteren Aufständen war die Beseitigung der ursprünglich nomadischen Oberschicht kein großes Problem mehr. Dieses Wechselspiel zwischen Nomaden und agrarischen Hochkulturen bestimmte jahrtausendelang den Rhythmus der Geschichte Asiens. Die Bewaffnung der zu Pferd kämpfenden Reiter war archaisch. Pfeil und Bogen gehören zu den ältesten Fernwaffen. Ihre Taktik war jedoch innovativ. Daneben kamen auch Streittexte und Lanzen zum Einsatz. Gemeinsam ist den Reitervölkern, dass sie durch ihre Schnelligkeit und flexible Kampftechnik den Gegnern auf geeignetem Gelände militärisch überlegen waren. Der Taktik der Nadelstiche mit Fernwaffen und sofortiger Flucht bei Gefahr hatten Fußtruppen oder schwer gepanzerte Reiterheere nichts entgegenzusetzen. Letztlich Z. B. bei der Eroberung Mesopotamiens durch die Mongolen. Außerhalb ihrer nur extensiv bewirtschafteten Herkunftsgebiete mit weiträumigen Weidegründen bekamen die Reitervölker häufig Nachschubprobleme und wurden langfristig entweder aufgerieben oder in den eroberten Gebieten sesshaft. Dabei kam es oft zur sozialen Überschichtung der bodenständigen Bevölkerung. In der materiellen Kultur des Westens hinterließen sie einige deutliche Spuren. Militärisch ging auf sie Z. B. nicht nur die Lanze der Ulanen oder der Schellenbaum der ehemaligen osmanischen Militärmusik zurück, sondern vor allem Neuerungen der Befestigungstechnik der Städte. Andererseits verdanken Spanien und Portugal ihre Bewässerungskultur und einiges mehr ursprünglich bärberischen Reitern. Die Reiterkulturen Amerikas Die frühen spanischen Einwanderer in Nordamerika führten Pferde mit sich, die sich ab dem 16. Jahrhundert im Südwesten, dem Großen Becken und auf den Great Plains verbreiteten. Sie wurden von vielen Indianervölkern dieser Regionen in ihre Kultur integriert. So konnte sich vor allem die Kultur der Prärie-Indianer entwickeln. Analog zu dieser Entwicklung in Nordamerika entstanden auch in den Kultura realen Chaco und Patagonien einige südamerikanische Reiterkulturen. Die amerikanischen Ethnien erhielten durch die Übernahme des Pferdes von den Spaniern und Portugiesen bzw. später durch erneute Domestizierung verwilderter Pferde Vorteile bei der Nahrungsgewinnung durch die Jagd und auf regelmäßig stattfindenden Kriegszügen. Zuerst hatten Pferde auch hier häufig, wie schon in der eurasischen Geschichte, als Nahrung gedient. Später auch als Zug- bzw. Reitpferde und als Statussymbol. Die Stämme, die Pferde in ihre Kultur integrierten, wurden mobiler und konnten sich in vormals unzugängliche Gegenden ausbreiten. Ein Großteil der kargen Steppen und Savannenlandschaften Nord- und Südamerikas wurde erst nach Einführung des Pferdes besiedelt. Pferde vereinfachten die vorher sehr mühsame Jagd auf die in Nordamerika zu Millionen lebenden Bisons bzw. auf Guanacos und Nandus im Süden Südamerikas. Allerdings spielte dort die massenhafte Vermehrung verwilderter Rinder, die fortan als Nahrung dienten, sowie von Anfang an die Verteidigung gegen die spanischen Invasoren, eine noch wichtigere Rolle. Ehemals kleine und schwache Stämme wie die Comanchi, Lakota oder Cheyenne im Norden und die Meppuche, Toba oder Tehülche im Süden entwickelten eine ganz neue Kriegerkultur. Gewinn bezeichnet insbesondere den Machtzugewinn der Comanchin zwischen circa 1625 und 1750 als eine der größten sozialen und militärischen Transformationen der Geschichte.